In Ritzen oder Winkeln, gib Antwort! In Wandschranken oder Schrankwannen, gib Antwort! Hinter Panelen, über der Treppe, unter Dachsitz, ob schlafen oder wach, gib Antwort! Wie kannst du das vorab, Fützchen? Wofür denn? Ist es kalt, ein Geist zu sein? Mann, ich denke nicht, Lisa. Ich bin seit fünf Jahren verheiratet, mit Ruth. Und du bist seit sieben tot! Nicht tot, Charles. Übergetreten! Ich habe immer zu dir als Frau mit Auffassungsgabe und Verständnis aufgeschaut. Vielleicht ist heute mein Ruhetag. Entschuldige, ich vergaß! Auch eine ektoplasmische Manifestation hat ein Recht auf menschliche Wärme. Ich habe sie nicht zurückgerufen, weder bewusst noch unbewusst. Also ich habe das Gefühl, dieser Abend, der wird fürchterlich. Der wird lustig werden, nicht fürchterlich. Ich freue mich zurück. Wie geht es gut, warum? Untertitelung des ZDF, 2020